Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3454. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Teamarbeit ist der Schlüssel zur Erreichung des Verkaufsziels. Wir sind diesem Ziel sehr nahe. Teamarbeit ist der Schlüssel zur Erreichung des Verkaufsziels. Wir sind diesem Ziel sehr nahe. Teamarbeit ist der Schlüssel zur Erreichung des Verkaufsziels. Wir sind diesem Ziel sehr nahe. Wenn ich auf der Bühne stehe und singe, begeistere ich mein Publikum. Das Grillfest war ein voller Erfolg. Auch Susanne und Frank hatten ihren Spaß. Das Grillfest war ein voller Erfolg. Auch Susanne und Frank hatten ihren Spaß. Das Grillfest war ein voller Erfolg. Auch Susanne und Frank hatten ihren Spaß. Ich habe mehr abgenommen, als ich ursprünglich wollte. Ich habe mehr abgenommen, als ich ursprünglich wollte. Anna ist traurig, weil ihr Freund sie verlassen hat. Eva kommt zu Anna und tröstet sie. Anna ist traurig, weil ihr Freund sie verlassen hat. Eva kommt zu Anna und tröstet sie. Ich habe zu jeder Kleidung einen Regenschirm in passender Farbe. Ich habe zu jeder Kleidung einen Regenschirm in passender Farbe. Ich zeige euch, wie man es macht. Ihr könnt es dann nachmachen. Warum kommst du erst jetzt nach Hause? Wo bist du gewesen? Warum kommst du erst jetzt nach Hause? Wo bist du gewesen? Das Meeting ist früher zu Ende, als ich dachte. Ich steige jetzt ins Auto und bin in zwei Stunden bei dir. Ich arbeite sowohl als Model als auch als Fotografin. Das ist in der Branche nicht üblich. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Geburtstagsfeiern sind für unsere Kinder immer etwas ganz Besonderes. Geburtstagsfeiern sind für unsere Kinder immer etwas ganz Besonderes. Gemeinsam wird gefeiert und gesungen. Geburtstagsfeiern sind für unsere Kinder immer etwas ganz Besonderes. Gemeinsam wird gefeiert und gesungen. Du hast das Problem gut gelöst. Ich wusste immer, dass du die richtige Person für diese Führungsposition bist. Alle anderen Kinder dürfen mehr als ich. Mir wird alles verboten. Ich bin traurig. Alle anderen Kinder dürfen mehr als ich. Mir wird alles verboten. Ich bin traurig. In Italien habe ich diesen jungen Mann nach dem Weg in die Stadt gefragt. So lernten wir uns näher kennen. In Italien habe ich diesen jungen Mann nach dem Weg in die Stadt gefragt. So lernten wir uns näher kennen. Ich wünsche mir, dass wir bald auch eine Familie mit zwei Kindern sind. Ich wünsche mir, dass wir bald auch eine Familie mit zwei Kindern sind. Ich kann das nicht glauben. Das musst du mir näher erklären. Ich kann das nicht glauben. Das musst du mir näher erklären. Wenn ich in den Bergen Urlaub mache, wandere ich täglich zehn Kilometer. Wir sind alle gespannt, was in diesem Paket steckt. Wir sind alle gespannt, was in diesem Paket steckt. Wir sind alle gespannt, was in diesem Paket steckt. Wir kennen uns erst seit zwei Monaten und sind zum ersten Mal zusammen im Urlaub am Meer. Meine Tochter ist endlich wieder zu Besuch gekommen. Meine Tochter ist endlich wieder zu Besuch gekommen. Wir haben uns lange nicht gesehen. Das Fotoalbum ist wie ein Spaziergang durch die Vergangenheit. Das Fotoalbum ist wie ein Spaziergang durch die Vergangenheit. Das Fotoalbum ist wie ein Spaziergang durch die Vergangenheit. An diese Zeit erinnern wir uns gerne zurück. Bei uns arbeiten Mitarbeiterinnen aller Altersgruppen und Nationalitäten. Bei uns arbeiten Mitarbeiterinnen aller Altersgruppen und Nationalitäten. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like. Das Fotoalbum ist wie ein Spaziergang durch die Vergangenheit. Ausatmen. 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 Vielen Dank.